Moin Leute, mein Name ist Tom und so fühlt es sich an Jungler zu sein. Ja Tom, wie hat es sich da gefühlt? Ey, hat man den Ton gehört? Ich habe den nicht gehört. Hat man den Ton auch gehört? Ja, hat man, hat man. Ja, irgendwie hat, ich habe vorher noch gesagt, nicht auf Eier werfen. Das sollte sich ja von vornherein, selbstverständlich, nicht auf Kopf und nicht auf Eier. Aber ich dachte mir so, momentan suche ich ja immer so eine Challenge, wie man so zusätzlich unser Team irgendwie so ein bisschen, wie wir ein bisschen Spaß bringen können. Das war tatsächlich Rex' Idee mit den Wasserbomben. Immer wenn jemand im Scrim nicht on Tempo war oder irgendwas, dann haben wir so eine Wasserballschlacht gemacht und dachten uns, das wäre sehr, sehr lustig, das so als Wette für das Spiel reinzubringen. Und ja, mehr davon, mehr davon. Ich habe schon eine geile nächste Idee. Nice. Stay tuned. Das freut mich, das freut mich auf jeden Fall. Das freut mich auf jeden Fall.